Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Home Assistant stellt wieder eine neue Version hier zur Verfügung. Derzeit zwar nur in der Beta, aber der eine oder andere, wenn ihr dieses Video später anschaut, wird ihr schon die richtige Version von Home Assistant hier runterladen können. Und wir schauen uns die Neuerungen gemeinsam an, dann habt ihr einen guten Bezug dazu, wisst, wo ihr draufdrücken müsst, wisst, wo ihr das Ganze findet und könnt das zu Hause bei euch im System viel besser nachbauen und viel besser einstellen. Und wenn ihr solchen Content, solche Videos zukünftig nicht verpassen wollt, wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal, ansonsten viel zu viel gequatscht, filmen wir ab! Eine Neuerung in diesem Home Assistant Release hat hier mit den Chipskarten vom Mushroom Design zu tun. Ich benutze das ja schon etwas länger, das Video dazu oben rechts, wie ihr diese Chipskarten bekommt. Home Assistant hat sich entschlossen, so etwas ähnliches auch anzubieten, aus dem Standard heraus. Und das sind hier diese Badges. Ihr könnt je nachdem, was für eine Entität ihr dort auswählt, als Badge hinzuzufügen, unterschiedliche Informationen anzeigen lassen. Zum Beispiel, wie man zu Hause ist, Update vorhanden ist oder auch Multiple Informationen in einer Batch anzeigen, wie Temperatur oder der Bewölkungsgrad. Und Badges bekommt ihr ganz einfach hier ins System rein. Dabei ist es total egal, ob ihr die neue Abschnittsfunktion nutzt oder das alte Design. Ihr habt immer hier oben ein Plus, wo ihr dann hier eine Entität hinzufügen könnt. Und dann wählt ihr hier die Entität aus und könnt dann je nachdem, welche Entität ihr hinzugefügt habt, hier unterschiedliche Inhalte auf dieser Badge anzeigen lassen. Und dann habt ihr das hier auf dem Dashboard. Und dann könnt ihr das dann hier speichern und könnt das Ganze dann so nutzen. Die nächste Neuerung hier im System betrifft die Services auf Englisch, zu Deutsch Dienste. Ihr werdet euch erinnern, wenn ihr hier zu den Entwicklerwerkzeugen geht, hattet ihr hier den Knopf Dienste, zu Englisch Services. Diese wurde jetzt im kompletten System von Dienste auf Aktionen bzw. Actions im Englischen umbenannt. Das Tolle ist, alles, was ihr vorher schon bereits in euren Automatisierung als Services genutzt habt, wurde automatisch zu Aktionen umbenannt. Ihr müsst jetzt hier eure Automatisierung nicht nochmal anfassen und das Ganze verändern. Außer dieser Umbenennung hat sich aber großartig hier nichts verändert. Ihr könnt schon sehen, hier oben steht Aktion und dann habt ihr hier die jeweilige Aktion. Und ihr könnt hier beispielhaft, wenn ich hier reingehe, alle Aktionen, die ihr im System kennt, auch wiederfinden. Das heißt, daran hat sich nichts geändert. Und wenn wir testhalber eine bestehende Automatisierung uns hier anschauen, dann sehen wir auch, dass sich dort darin nichts geändert hat. Zum Beispiel, wenn wir hier das Ganze aufklappen, dann sehen wir, steht hier auch Aktion Licht ausschalten, wo vorher Dienst Licht ausschalten gelabelt war. Die nächste Neuerung betrifft die Datentabellen in Home Assistant. Diese können wir beispielhaft bei Gerät und Dienste finden oder Automatisierung und Szenen. Und wenn ich hier mal beispielhaft reingehe zur Entität, dann kann ich jetzt rechts über dieses Zahnrad den Punkt erstellt und geändert mir einblenden lassen. Und wenn ich das hier fertig mache, dann kann ich hier nachfiltern und kann dann sehen, wann hier an dieser Entität etwas geändert wurde. Oder natürlich auch bei erstellt das Ganze nachfiltern. Im letzten Release hatten wir es davon, dass Large Language Models es ins Home Assistant geschafft haben, speziell Cloud Large Language Models, in dem Fall Google Generative AI oder aber auch hier OpenAI Conversation. Mit diesem Release kommt ein lokales Large Language Model und zwar OLAMA. Und ihr könnt dann hier OLAMA aufsetzen und wenn ihr dazu noch weitere Informationen braucht, könnt ihr hier über die Hilfe auf die Dokumentation von OLAMA abspringen und dann seht ihr, wie ihr hier ein lokales Large Language Model aufsetzen könnt. Bleiben wir hier direkt auf der Übersicht. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass hier ein weiteres Symbol hinzugekommen ist und zwar hier diese doppelte geschweifte Klammer. Das symbolisiert hier Integrationen, welche beispielhaft über YAML hinzugefügt wurden. Zum Beispiel Modbus macht man über die Config.YAML und bringt dann darüber zum Beispiel Entitäten rein. Der eine oder andere, wo schon länger meine Videos verfolgt, weiß, dass ich zum Beispiel bei Modbus viele Sensoren habe, zum Beispiel im Bereich der Lüftungsanlage und diese wurden jetzt hier neu zusammengefasst als eine Integration, welche hier über die Config.YAML-Datei reingebracht wurde. Und wenn wir hier etwas weiter durchscrollen, haben wir zum Beispiel auch RESTful-Command oder aber auch RESTful, hier wo dann Entitäten aufgelistet werden, die ihr dann über die Config.YAML-Datei hinzugefügt habt. Persönlich finde ich das sehr schön, weil das einfach nochmal hier eine bessere Übersicht über die Integrationen reinbringt. Nicht nur über die, die man hier über das User-Interface aufsetzt, aber auch diese, die man jetzt auch über die Config.YAML hier reingebracht hat. Viele Benutzer von Home Assistant können hier den Komfort, Geräte direkt aus dem Home Assistant heraus aktualisieren zu können. Zum Beispiel Zigbee-Geräte, aber auch zum Beispiel Shelly-Geräte können nativ über Home Assistant direkt aktualisiert werden. Diese Komfort-Funktion schafft es jetzt auch, zu Geräten, die ihr über Meta bzw. über die Meta-Integration hier ins Home Assistant hinzugefügt habt. Das bedeutet, ihr bekommt dann zukünftig, wenn ein Meta-Gerät ein Update zur Verfügung gestellt bekommen hat, dann hier den Hinweis mit so einer Box, wo ihr das dann aktualisieren könnt oder aber auch einfach überspringen könnt. Mit diesem Release hat ZAH etwas mehr Liebe erhalten. Und wir können hier beispielhaft an dieser Grafik sehen, wie viele Lines of Code hier ZAH in Home Assistant, sage ich mal, beansprucht. Und das hier wurde optimiert, so dass es von über 20.000 Lines of Code auf etwas weniger als 10.000 geschrumpft ist und somit sich einreiht zu Shelly und anderen Sachen, die ihr hier in Home Assistant kennt. Ein weiteres Update mit diesem Release betrifft den Bereich KNX. Es können nun KNX-Geräte über Home Assistant gemanagt und gesteuert werden. Das war vorher auf diese Art und Weise nicht möglich. Ihr könnt jetzt KNX-Entitäten erstellen, aktualisieren, aber auch löschen und das komplett hier über das User Interface von Home Assistant heraus. Nutzen wir die Zeit doch sinnvoll, während das System lädt. Lasst doch ein Abo da, ein Like und wenn solche Videos zukünftig nicht zu verpassen, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer einen Hinweis, sobald ein neues Video zur Verfügung steht. Wir danken euch schon mal im Voraus. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir nun zu den weiteren nennenswerten Verbesserungen bestehender Integrationen und dort haben wir etwas Cooles bei der Open AI Conversation. Es wird nun das günstigere GPT-4O-Mini-Modell genutzt. Darüber hinaus unterstützt die WLED-Integration nun CCT-LED-Strips. Und wenn wir weiter runter scrollen, haben wir hier zum Beispiel auch den Fall, dass bei Reolink auch die Klingeleinheit in Home Assistant unterstützt wird. Und für alle Fans der Marke Roborock, es werden nun Waschmaschinen-Trockner aus der Roborock-SEO-Reihe unterstützt. Kommen wir nun zu den weiteren nennenswerten Änderungen. Und da ist zum Beispiel etwas Cooles, das Logo von der Open Home Foundation hat es nun hier und dort zu gewissen Ladebereichen hier in Home Assistant geschafft. Mal sehen, ob ihr das Logo entdeckt. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr den Assist nach der derzeitigen Zeit und dem derzeitigen Datum ausfragen. Was ich persönlich sehr cool finde, ist, dass wenn jetzt ein Skript nicht mehr funktioniert, weil vielleicht ein Gerät oder so dort gelöscht wurde, was in dem Skript enthalten war, man jetzt eine Reparaturmeldung erhält und diese dann direkt angehen kann. Auch cool ist, dass der Helfer zum Gruppieren zwei weitere Funktionen erhalten hat. Wenn wir dort mal ins System springen, können wir nun, wenn wir zu Helfer gehen und dann Helfer erstellen, hier bei Gruppe den Eintrag Ereignisgruppe sehen und den Eintrag Schaltergruppe, welchen es vorher so nicht gab. Bleiben wir direkt bei den Helferlein. Und zwar könnt ihr nun Knopf, Bild, Select und Switch-Template-Entitäten direkt vom User-Interface aus aufsetzen. Und das zeige ich euch auch kurz. Wenn wir hier zu den Helfern gehen, unten rechts auf Helfer erstellen und dann etwas weiter runter scrollen, haben wir hier den Bereich Template und dort sind jetzt hier die Bildvorlage, aber auch Schaltervorlage und so weiter die weiteren Vorlagen hinzugekommen. Ich scrolle ganz langsam durch die neuen Integrationen, welche es mit diesem Release erst ins Home Assistant geschafft haben. Folgende zwei Integrationen können über die Integrationen rechts davon nun ins Home Assistant hinzugefügt werden. Die folgenden drei Integrationen erreichen im Home Assistant nun das Platinum-Level. Wenn ihr die unterschiedlichen Entwicklungsstufen im Home Assistant sehen wollt, geht einfach hier auf diesen Integration Quality Scale und dann habt ihr hier eine Auflistung, welche gerade es hier im Home Assistant gibt und könnt euch dementsprechend hier informieren. Die folgenden Integrationen sind nun über das User-Interface von Home Assistant verfügbar. Die Integration UE Smart Radio wurde aus dem Home Assistant entfernt, ist somit nicht mehr verfügbar. Ich scrolle nun durch den Bereich der Backward-Incompatible Changes. Wenn dort etwas ist, was bei euch im System zutrifft, dann geht dort hier in dieses Dokument rein. Den Link für dieses Dokument findet ihr wie immer unten in der Beschreibungsbox und dann könnt ihr dort hier reingehen, könnt es hier aufklappen und euch durchlesen, was hier verändert wurde und könnt dann dementsprechend Vorkehrungen in eurem System treffen, damit hier nichts gegen die Wand fährt und ihr weiterhin ein gutes Benutzerlebnis habt. Und wenn ihr euch manchmal hilflos fühlt und nicht wisst, wie es weitergeht, werdet ein Teil der Community, kommt hier zum Discord-Chat-Server, kommt auch hier zu den Foren, wo ihr Beiträge öffnen dürft oder auch gerne anderen helfen dürft. Dort findet ihr mich auch unter anderem hier und dort. Wir freuen uns über jeden. Kein Meisters vom Himmel gefallen. Seid dabei, macht mit. Ihr macht diese Community lebenswert. Und wenn ihr alle Änderungen vom Homeless & Release 2024.8 auch durchlesen möchtet, dann packe ich euch auch diesen Link vom Full Change Log in die Beschreibungsbox. Dann könnt ihr einfach draufklicken, springt dort ab und könnt euch alles in aller Ruhe durchlesen und habt dann das gesamte Bild über jede einzelne Änderung. Und somit wären wir fertig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war's auch schon. Ihr seid zum Outro angekommen. Kommen wir zum Fazit zum Homeless & Release 2024.8. Was war denn hier euer Highlight? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich tausche mich sehr gerne mit euch aus und bin mal gespannt, was der ein oder andere hier cool oder uncool findet. Ansonsten, wenn ihr mich fragt, ich persönlich finde es sehr toll, dass es nun die Badges gibt, denn das erinnert mich immer mehr an das Mushroom-Design, das ich jetzt schon sehr lange nutze und so habe ich einfach eine Alternative zu den Chips-Karten, die ich schon im Mushroom-Design wiederfinde. Sonst finde ich es sehr schön, dass Meta-Geräte hier aus dem Home Assistant heraus aktualisiert werden können. Das kenne ich zum Beispiel mit meinen Shelly-Geräten auch, die ich nur noch über das Home Assistant heraus aktualisiere. Somit, denke ich, haben wir so ein, zwei Highlights hier angesprochen im Outro. Ansonsten schreibt mir das alles unten rein. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir hier ein Like dalässt. Ich habe mir hier für euch die ganze Arbeit gemacht und das Ganze für euch hier aufbereitet. Ansonsten, wenn jemand anderes dieses Video unbedingt sehen sollte, ihr wisst, wie es läuft, einfach teilen, dann haben wir dieses Video auch. Sonst, bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!